Hallo und herzlich willkommen zurück zu American Arcadia. Wir wurden beim letzten Mal letztendlich doch verhaftet und sind jetzt hier in Gewahrsam und Vivian Walton wollte uns irgendeinem vom Pferd erzählen. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das gemacht hat. Wir haben Gas gesehen, aber die Frage ist, ich kann, ich glaube ihr nicht. Ich kann ihr nicht glauben. Sie ist, glaube ich, eine ganz, ganz durchtriebene und wir gehen ihr mal hinterher und gucken mal, was sie uns zu erzählen hat. A.A. ratings are slowly declining. It's not serious yet, but we need to reduce costs. All Arcadia-born citizens require stage technicians, supervisors, camera tracking 24-7. In short, lots of money. And unpopular citizens, like you or Gus, are just not profitable. So, we just need to retire, you guys, from the show, but not the kind of retirement you're thinking of. You see, the Arcadia Edge isn't actually a travel grant, but rather a relocation program. Ja, schön, dass wir sie immer noch so klar durch die Tür hören. Darf ich mal vorbei, Jungs? 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 Ja, gut, ja nicht. Ja, ich komme noch schon. So, und was soll ich jetzt erzählen? Ach, erzähl doch keinen Schwachsinn. Aber niemand hat mir gesagt. Du hast weggebracht, als wir alles erzählen sollen. Ich war einfach... Sie sagten, dass ich mich nicht mehr zurückgekehrt habe. Ach, natürlich. Sie. Hör, Trevor. Arcadia-Dome ist eine große Infrastruktur, unter 24-7-Jährigen. Ich meine, sie ist ja insofern nett, dass sie uns genau sagt, wo es den Out-Schalt kommt. ...knopf gibt für ganz Arcadia. Bedeutet wohl, wir müssen in ihr Apartment, ne? Wo wohnst du genau? Erzähl mir nochmal deine Adresse. Nein, nein, nein. Das ist nicht eine Präsenz. Wir können dich hier nicht gegen deine Wille halten. Aber du hast gerade gesagt, dass ich nicht rauskommen kann. Nein, nein. Ich sagte, dass du nicht rauskommen kannst. Natürlich kannst du rauskommen. Wie bin ich mit diesen... ...näunen? Ich kann gar nicht mehr move, wenn ich diese Dinge höre. Oh, du sagst das Re-Alignment-Jingle. Ja, das ist eine der... ...meßnahmen der Sicherheit, die ich erwähnt habe. Du hast geschätzt, um eine Akustik-Jetzt zuigeren, um... ...zureden sie ... ... eine extremale Signale von gut-behaltung und komfortz lachen. Du hörst mich bei dir! Absolut nicht. Du bist mit mit ihm begonnen, wie ein Diener Arcadian-Jingle in den letzten 30 Jahren. Und du hast du hören, es um deine ganze Leben zu hören. Was auf der Erde? Anyway, lange zu kurzem, wir können das Jingle von dir entfernen. Wir nehmen dich einfach in eine Re-Alignment-Boot, und du bist frei von es in ein paar Sekunden. Eine Re-Alignment-Boot? Aber erstens, wir brauchen dich mit ein paar Sachen. Begegnung hierzu, du hast... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Du... 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 Du glaubst, ich werde dich vertraut, nachdem du alles du hast mit mir? Du hast mir einfach gesagt, dass ich ein Paflov der ganze Leben war, und du glaubst, dass ich mich auf dem... ...sgrammeln meine Gehirne? Nein, das ist. Ich weiß, das ist eine einfache Entscheidung, Trevor. Aber ich habe nicht gesagt, eine Lieche. Ich unterschreibe mal hier gar nichts, Bitch. So sieht's doch aus. Ich weiß, dass du mich hörst. Ich werde nicht diesen Scheiß lesen. Vergiss es! Ich mache es nicht! Hörst du mich? Lass mich raus! Lass mich raus! Ich muss mal auf Toilette! Oh, Trevor, knick nicht ein! Bitte knick nicht ein! Bitte knick nicht ein! Hey, ist jemand da? Bitte knick nicht ein! Wolltest du mich wirklich hier reinlassen lassen? Du kannst mich hier immer noch nie bleiben! Nein! Nein! Nein, Trevor! Nein! ...sie cupisch zugezogen, nicht zu besprechen? Ich weiß besser, wie viel Zeit ich dort gemerkt habe. Wahrscheinlich war es mehr als ein paar Stunden, aber es warnt wie eine Eterne. Ich war physisch und mentalisch vom Escrans. Ich hatte Wände auf meinem Körper und ich war immer die harsche Wahrheit über mein Leben absorbiert. Also kam alles auf mich auf den Moment. Ich war bereit, es zu signen und es zu enden. Unterschreibt das nicht. So, ich muss immer noch auf Klo. Lass mich hier raus. Ich schiff euch gleich hier in den Aktenschrank. Ich sag's euch. Ich hab keine Wahl, ne? Verdammt. Will ich's wirklich? Ich bin mir sicher, die bringen mich um. Ich bin mir sicher, die bringen mich um. Ich tu mal so. Ich kann damit einen falschen Namen unterschreiben. Da kann mir ja nix passieren. War das Angela? Zwei Stunden nach dem Autounfall. Ja, dann mach doch mal den Computer an hier. Ich muss erstmal eine Blitz-Cola trinken. Warum nicht? Ich hab Durst. Ach, dann leck mich doch am Arsch hier. Nicht jetzt. Ich bin so worried about Trevor. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wir waren noch gar nicht oben, ne? Wir müssen mal nach oben gucken. Ist denn oben noch? Oh. Oh shit, mein Telefon. Ja, ich komm schon. Wer ruft denn jetzt wieder an? Ja, Netflix oder Prime, was willst du denn? Er ist jetzt auf der Runde in der popularen TV-Show, American Arcadia. Er ist alive! Er ist alive! Oh, thank God! Wer hat das gelockt? War es uns? Natürlich war es uns, Kopacks. Sie wollten Trevor to be known. Okay. Jetzt alle kennt ihn in und aus Arcadia. Aber wo ist er jetzt? Wenn er noch in Arcadia ist, muss man einen Weg finden. Vielleicht. Aber wir brauchen den Hexagon. Ich kann innen. Vielleicht kann ich Trevor von dort aus und dann gehen... Do nicht even think about it, Kopacks. Der Hexagon ist nicht wie kein Walton Media Building. Wir sprechen über den Nerve Center in Arcadia. Wir sprechen über die riesige Sicherheit. Wir sprechen über das. Ich werde es tun. Mit oder ohne deine Hilfe, Nummer 6. Okay. Okay. Aber ich werde mit dir, guierst du über den ganzen Prozess. Copy? Copy das. Und wenn etwas falsch geht, remember, du nicht kennen uns. Du hast nie gehört von uns. Du hast nie gehört von uns. Spreier mir die Lektion. Ich wusste, was ich für das, als ich in Breakout kam. Also... Ja... Ich weiß auch noch nicht, was das für eine gute oder schlechte Idee ist. Äh... Metallbox? Metallbox? Was für eine Metallbox? Nein. Die mit wahrscheinlich da hinten irgendwo, ne? Gut. Wir gucken mal. Oh, da hinten ist der Hinterhof. Jawohl. Äh... Das ist nur eine Mülltonne. Die könnte ja auch mal aufgeräumt werden, ne? So... Komm ich hier? Ne, komm ich... Oder komm ich hier längs? Ich kann nicht hüpfen. Ich kann komischerweise nicht hüpfen. Hey! Es ist das Arcadia 6-Sign. Mit all deinen Namen geschrieben. Ich frag mich auch Nummer 6. Werden wir den noch kennenlernen? Und wenn ja... Kennen wir ihn vielleicht schon? Also ist es vielleicht einer, den wir schon längst kennen? Aber... Nicht wissen, dass er Nummer 6 ist? Oder... Oh, warte mal hier. Ja. Denk ich auch. So. Und jetzt kommen wir da mit rein? Gucken mal. Access Granted. Willkommen im Hexagon. Und... Cool. Cool. So ne kleine Hacker-Gruppe hier noch, ne? So. Was haben wir denn hier? The Core. Aha. The beating heart of the city of tomorrow. Natürlich. So. Jede Menge Akten. Ist hier überhaupt jemand? Nö. So weit, so gut. 100% Walton. Wahrscheinlich müssen wir an den PC. Nein, wir müssen nicht an den PC. Wir müssen wahrscheinlich einfach weiter gehen. Gucken wir nochmal, ob hier noch was ist. Nein. Gut. Einmal hoch. Wo komme ich denn jetzt hier rein? Ja. Also, alles was Dreieck ist, kommen wir ja noch rein. Oh, 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 oh. Wieso ist hier keiner? Was sind das für ein Unternehmen? Arbeitet hier auch jemand? So, Arcadia Control Grid. Wahrscheinlich sind da irgendwelche Sicherheitsfallen. So, hier werde ich wahrscheinlich nicht reinkommen. Ne. Ne, ist ja kein Dreieck. So, jetzt ist die Frage. Wahrscheinlich da oben, ne? Ist hier sonst noch irgendwas? Warte mal, was ist das? S-O-A-R. Soar? Hm. Wie in Walton's Motto? Soar higher than ever before? Ja, es ist ein Akronym der vier verschiedenen Bereichen dieses Gebäudes. Sicherheit, Operations, Arcadia Control Grid und Realignment. Whatever das ist. Ja, you, you're right. Ich muss... Ich denke mal, wir müssen da oben längs, ne? Gucken mal. Ist aber auch kein Dreieck. Wahrscheinlich kommen wir hier auch nicht weiter. We... Weiter. Nicht weiter. Weiter. Warte mal. Was hab ich... Irgendwas hab ich doch übersehen. Irgendwas hab ich schon wieder übersehen. Was ist das hier? Oh. Ah, ich seh grad, da ist noch ein Dreieck. Hier müssten wir durchkommen. Jawoll. Sehr gut. Ist heute Sonntag oder wo sind die ganzen Leute? Ah, okay. The beating lungs of the city of tomorrow. Okay. I see a machine on the other side of this glass. I believe it has a rhombus symbol on it. Must be an access level device. Make sure you get there. Copy. Okay, aber wie komm ich denn da rein? Da brauch ich ne Raute. Hier ist wahrscheinlich gar nichts. Okay, ich muss mir irgendwie Rautenzugang verschaffen. Aber die Frage ist wie. Uh, my phone is vibrating. Remember I mentioned those extras we added to your SD card? That is a proximity sensor detector. This tool works like a, like a Geiger counter. Whenever you are close to a proximity sensor, that bar will rise. So tread lightly. And if you see that red bar rising, you would better move back. Okay, das heißt... Hä? Ich muss jetzt an bestimmten... Okay, ist sicher, 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 sicher. Die Frage muss... Oh shit, warte. Warte, dann ne. Warte, ist das hier was mir richtig kommt? Oder ich bin da längs? Also, ich bin da längs oder da längs? So... Nein. Oh shit. Hier vielleicht? Ja, nein. Okay, hier ist falsch. Hier vielleicht? Nein. Wahrscheinlich müssen wir doch hier längs, ne? Oh, da ist ein Schacht. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Wo komme ich da hin? Ja, ja, ja. Ich fürchte auch. Na gut, wir gehen mal rein. Kann ich hier rein? Achso, da. Ich muss mich nur dupen. Bin ich so ungelenkt, dass ich jetzt in dieser Situation oder in dieser Lage nicht mal auf mein Handy gucken kann? Naja. So, ich weiß keine Ahnung, ob das die richtige Richtung ist. Wir gucken mal, auf jeden Fall, der Sound hört sich noch normal an. Und da gehe ich mal von aus, dass wir... Ich gehe mal hier längs. Oh, 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 oh. So, mein Gefühl sagt mir, hier ist richtig. Sound ist noch gut? Oh. Sind wir jetzt im Kreis oder sind wir jetzt... Ne, wir sind woanders, ne? Ich muss ein bisschen langsamer gehen. Oh, nee, hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's nirgendswo weiter, ne? Okay, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Oh, ich hab... Ich hab ganz... Ich hab... Ich hatte ganz kurz nicht aufs Handy geguckt. Verdammt. Ähm... So. Ich hab keine Kameras in hier. Wierde. Und du siehst nicht. Unsere Intel sagt, sie haben keine Kameras im Hexagon. Wir wissen nicht, die Grund dafür. Eine kommt mir zu. Alles, was sie hier tun haben... Walton Media will das nicht auf dem Rekord. In irgendeinem Weise. Ich hab das nicht gedacht. Ah, Mann. Man darf echt nicht zu schnell gehen. Der Balken, der geht so schnell nach oben. Oh, hier war falsch. Ich hab keine Kameras in hier. Wierde. Und du siehst nicht. Unsere Intel sagt, sie haben keine Kameras im Hexagon. Wir wissen nicht, die Grund dafür. Eine kommt mir zu. Alles, was sie hier tun haben, Walton Media will das nicht auf dem Rekord. In irgendeinem Weise. Ich hab das nicht gedacht. Äh, könnte sein. Oh, jetzt ist die Frage. Wo geht's? Geht's hier irgendwo? Nein. Man darf hier echt nicht einen Meter zu schnell gehen. Sonst ist man sofort am Arsch. So, hier vielleicht. Nein. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt längs muss. So, hier geht der Balken auch hoch. Hier geht der auch hoch. Hier geht der auch hoch. Das heißt, in die Richtung kommen wir gar nicht weiter, ne? Da auch nicht. Ja, ja. So, von da sind wir doch gekommen. Oh, hier können wir längst, glaube ich, ne? Okay, hier. Nein. Okay, so scheint richtig zu sein. Ich muss ganz vorsichtig gehen. Oh, warte mal. Können wir da was bedienen? Vorsichtig. Jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nichts falsch machen. Okay. So, komme ich jetzt hier noch in einem Rutsch durch, oder? Nein. Was? Auf Punkt und Strich? Was für ein Punkt und Strich? So, jetzt hier vielleicht geradeaus. Nein. Okay, das heißt, wir müssen auch noch in einen gewissen Tempo hin. Das ist gemein. Das ist gemein. Nein. Halt. Zurück. Ah, warte mal. Ich glaube, wir müssen immer zwischen diesen grünen... Kann das sein? Dass wir immer zwischen diesen grünen Dingern da hin und her wechseln müssen. So, das heißt jetzt hier. Dann so. Ist das richtig? Ich glaube, ja, ne? Shit. Okay, nicht ganz zwischen diesen grünen Teil, Mann. So, bitte lass mich das schaffen. Nein. Nein! Oh, verdammt. Ich bin zu langsam. Das heißt, ich muss rennen. Okay, ich muss ein bisschen vor diesen grünen Dingern. Ah. Okay, also hier im Prinzip bei den grünen Dingern. Und danach ein bisschen davor. So. Also, nochmal. Können aber auch nicht rennen. So. Nein. So. Nein, 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 nein. Nein, nein. Warte, warte, warte. Wo bin ich denn jetzt? Verdammt! Also, nochmal. Holy shit. Wie schnell muss man denn hier sein? So. Also. Ganz, ganz, ganz schnell. Hupp. 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 Ich weiß das letzte Stück nicht genau. Ich weiß nicht, wie wir beim letzten Stück... Ah, hier. Alles klar. Hui! Meine Fresse. Das war nicht einfach. Das war nicht einfach. So. Und auch hier natürlich irgendwie gar keine Leute. Und hier ist wahrscheinlich schon wieder das nächste Rätsel. Oh. Irgendwas hier noch. Irgendwas interessantes. Hm. Sandwich. Lecker. Burger. Oh. Oh. Ich will haben. Ich kann dich nicht essen. Ich kann nicht essen. So. Dafür brauchen wir die Raute. Und wahrscheinlich müssen wir da uns den Zugang holen. damit wir den Rauten-Axzess haben. Jetzt müssen wir die Verwaltungsinformationen von der Maschine zu deinem Telefon. Das klingt einfach. Aber wie kann ich das tun? Du musst die Knöpfe aufbauen, um die Positionen der zwei geometrischen Schäden zu verändern. Es ist nicht so schwierig. Ach so. Äh. Warte. Äh. Verdammt. Ne. Warte mal. So funktioniert das nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Ich muss den ja jetzt irgendwie hier runter bringen. Wie mache ich das denn? Oh Gott. Es sieht einfacher, äh, schwerer aus. Äh. Ne. Es sieht einfacher aus, als es ist. So. Und du da hoch? Äh. Könnte das so klappen? Warte mal. So. Verdammt. Uh. Ich mag so ein Rätsel. Ich mag sie auch. Aber es ist nicht einfach. So. Warte mal. Also ich muss ihn nochmal irgendwie so beiseite. So. Ah ja. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Oh. Ja. Ich habe zu sagen, ich freue mich zu machen, um das kreepige Schmerz aus ihr Gesicht zu spüren. In Begrüß der Begrüßung der unabhängigen Bilder von der Bürger von Arcadia, Trevor Hills, Walton Media fühlt sich um diese Begrüßung zu stellen. Wir kategorisch verabschieden alle Informationen, die öffentliche, über die Umstände über Trevor Hills' so-called escape. Suche Informationen, die sicherlich gegründet werden, um diese Begrüßung zu verabschieden, Walton Media und die Amerikaner Arcadia Team haben alle begrüßungen, um der Herr Hill's physikal well-being zu verabschieden. Tomorrow, um 8 Uhr, wird eine öffentliche, live-begrüßung verabschieden, alles, was passiert, über die Behörden unserer Bürgerin. Diese Begrüßung wird die Testimität von Trevor Hills himself verabschieden. Danke. Wait, Trevor Hills himself? W-What is she planning? To wipe his brain clean? You can expect anything from Vivian. I detest her, but I have to admit that wretched woman is shrewd and conning like no other. Hold on a second. Number six? What's happening? Dammit, guys, they're down here! We need to go! Now! Kovacs, they've found us. What? Who? Walton Media's goons, of course. They must be tracking us somehow. Everybody gear up, because we are out in five! Listen, we have to go now. I will get in touch with you again, as soon as we reach a safe spot. Okay, okay. Kovacs, find Trevor and get him out. Guys, make sure we leave no trail behind us. From now on, you are on your own. We are counting on you. Stay safe, number six. And good luck. Good luck to you too, Kovacs. Oh, 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 oh. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich hab doch keine Ahnung. So, aber jetzt müssten wir hier die Karte benutzen können, ne? Jawoll. So, okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt... Warum müssen wir denn jetzt... Shit. Ach ja, dieser... Ach, ich hab den schon wieder fast vergessen. So, hier ist nicht richtiger Weg. Die Frage ist, kommen wir grundsätzlich hier überhaupt irgendwo längs? Ah, das sieht gut aus. Okay, ich bin mir grad nicht sicher, wo wir überhaupt längs müssen. Aber hier scheint's gut zu sein. Ist denn hier eine Rautentür? Sind wir von... Von da sind wir doch gekommen, oder nicht? Wir müssen ja eigentlich wieder zurück. Und da war ja eine Rautentür. Warte mal. Äh, ich denk, er meldet sich wieder, wenn... Wenn... Ich kann nicht auf mein Telefon in hier sehen. Wie verhäulich ich diese Sensoren evidieren kann? Try to guide yourself with the sound, Kovacs. Okay, das scheint aber nicht der richtige Weg zu sein. Und vor allen Dingen, er sagte doch, er meldet sich, wenn er in Sicherheit ist. So, hier ist falsch. Oh, 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 oh! Ich bin mir nicht sicher, da war ja eine Treppe hoch, wo ein Rautensymbol war. jetzt die frage müssen wir wieder zurück oder müssen wir vielleicht dahinten irgendwo längs probieren zum mal nein 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 hier kommen wir jetzt gar nicht längs so von da kommen wir und war hier noch eine tür ich glaube nicht warte mal wir gehen mal durch die dreieckstür kommen wir da wieder zurück ja ja wir sind zurück okay gut das heißt hier runter und dann die andere treppe hoch dort kommen wir dann nämlich in die nächste abteilung mal gucken wie es weitergeht also ich mag wirklich diese rätsel in diesem spiel manchmal sind sie echt knifflig manchmal sind sie auch recht einfach aber die meisten sind schon ein bisschen kniffliger ich mag das ich sage vielen vielen dank fürs zusehen beim nächsten mal gucken wir mal was hinter dieser tür steckt und irgendwie müssen wir treuer finden ich sage vielen vielen dank fürs zusehen euch einen schönen tag vergesst mir den daumen nicht und macht's gut ne tschüss